Warum Geschichten wirken Die Rolle des Storytellings in der heutigen Welt Die Magie der Erzählung Eine Einführung ins Storytelling Anwendung, Wirkung und warum Geschichten uns fesseln Buch von Markus Flicker Mehr im Buch auf Amazon und auf www.markusflicker.com Storytelling, die Kunst des Geschichtenerzählens, ist eine der ältesten und mächtigsten Kommunikationsformen der Menschheit. Geschichten fesseln uns, transportieren Wissen, Werte und Traditionen und beeinflussen, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und verstehen. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, Emotionen zu wecken, Empathie zu fördern und komplexe Konzepte auf eine Weise zu vermitteln, die informativ und dennoch leicht verständlich ist. Die Gründe, warum Geschichten so wirkungsvoll sind, lassen sich aus verschiedenen wissenschaftlichen, psychologischen und soziokulturellen Perspektiven betrachten. Psychologische Perspektive Menschen sind von Natur aus Geschichtenerzähler und Hörer. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Informationen besser zu verarbeiten und zu behalten, wenn sie in Form einer Geschichte präsentiert werden. Geschichten stimulieren die Fantasie und ermöglichen es dem Zuhörer oder Leser, sich in die Lage anderer zu versetzen, was zu einem tieferen Verständnis und erhöhter Empathie führt. Diese emotionale Verbindung, die durch Geschichten entsteht, verstärkt die Erinnerung und das Engagement. Studien in der kognitiven Psychologie haben gezeigt, dass Geschichten die Aktivierung von vielen Teilen des Gehirns bewirken, nicht nur jenen, die für die Verarbeitung von Sprache zuständig sind. Wenn wir eine Geschichte hören, erleben wir die Ereignisse fast so, als ob wir sie selbst durchleben. Soziokulturelle Perspektive Geschichten sind ein zentrales Element des kulturellen Erbes und dienen als Mittel zur Weitergabe von Wissen, Traditionen und Werten von Generation zu Generation. Sie bilden die Grundlage für Mythen, Legenden und Religionen. Die Gemeinschaften zusammenhalten und ihnen einen gemeinsamen Hintergrund und Sinn geben. In vielen Kulturen sind Geschichtenerzähler hoch angesehen, weil sie als Hüter und Überbringer wichtiger Lehren und Traditionen gelten. Diese Erzählungen stärken das kollektive Bewusstsein und die Identität einer Gruppe. Emotionale und ethische Perspektive Geschichten haben die Kraft, starke Emotionen zu wecken, Freude, Trauer, Angst, Hoffnung und dadurch die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln. Diese emotionale Reaktion ist entscheidend für das Lernen und die Überzeugung, da Menschen dazu neigen, Informationen, die sie emotional berühren, besser zu erinnern und zu schätzen. Darüber hinaus können Geschichten ethische und moralische Dilemmas aufgreifen, die zum Nachdenken anregen und die moralische Vorstellungskraft anregen. Durch das Erleben der Konsequenzen von Handlungen, der Charaktere in einer Geschichte, können Zuhörer oder Leser ihre eigenen Werte reflektieren und herausfordern. Bildung und Lernen Im Bildungskontext ist Storytelling ein wirkungsvolles Werkzeug, um komplexe Ideen zugänglich und verständlich zu machen. Lehrer verwenden Geschichten, um Konzepte zu veranschaulichen und das Lernen lebendiger und engagierter zu gestalten. Geschichten fördern auch das kritische Denken, da sie oft Konflikte, Problemlösungen und unterschiedliche Perspektiven beinhalten, die die Schüler analysieren und diskutieren können. Wirtschaft und Marketing Im Marketing und in der Werbung wird Storytelling eingesetzt, um Marken eine Persönlichkeit zu geben und eine emotionale Verbindung mit dem Publikum aufzubauen. Gute Geschichten können Marken von ihren Wettbewerbern abheben und eine treue Anhängerschaft aufbauen. Indem Unternehmen ihre Werte und Missionen durch Geschichten vermitteln, schaffen sie ein starkes Marken-Image, das Kunden anzieht und bindet. Die Fähigkeit von Geschichten, zu inspirieren, zu lehren, zu verbinden und zu bewegen, macht sie zu einem unverzichtbaren Instrument in praktisch jedem Aspekt des menschlichen Lebens. Vom Erzählen am Lagerfeuer bis hin zu modernen Multimedia-Präsentationen bleibt die Essenz des Storytellings unverändert. Es geht darum, eine Verbindung herzustellen, Bedeutung zu vermitteln und letztendlich das menschliche Erlebnis zu bereichern. In einer Welt, die immer komplexer und vernetzter wird, bleibt die Kraft der Geschichte eine Konstante, die uns hilft, die Welt um uns herum und unsere Rolle darin zu verstehen. Die Rolle des Storytellings in der heutigen Welt Storytelling, die Kunst des Geschichtenerzählens, ist eine der ältesten und einflussreichsten Kommunikationsformen der Menschheit. Es ist eine grundlegende Methode, durch die Individuen und Gemeinschaften ihre Erfahrungen, Werte, Träume und Lehren von Generation zu Generation weitergeben. In der heutigen Welt, die durch rasante technologische Entwicklungen, Globalisierung und ein stetig wachsendes Informationsvolumen geprägt ist, hat das Storytelling nicht nur seine Bedeutung bewahrt, sondern seine Rolle weiter ausgebaut und diversifiziert. Es dient als mächtiges Werkzeug in der Bildung, Politik, Unternehmenswelt, im Marketing, in den Medien und im persönlichen Ausdruck, um nur einige Bereiche zu nennen. Bildung und Lernen Im Bildungsbereich fördert Storytelling das Lernen, indem es den Stoff zugänglicher und einprägsamer macht. Geschichten können komplexe Konzepte vereinfachen und emotional ansprechender gestalten. Sie ermöglichen es den Lernenden, Verbindungen zu ihrem eigenen Leben herzustellen, was die Merkfähigkeit und das Verständnis verbessert. Lehrer nutzen Geschichten, um die Fantasie der Schüler zu wecken, kritisches Denken zu fördern und ein tieferes Verständnis für kulturelle und historische Kontexte zu entwickeln. Politik und sozialer Wandel Im politischen Kontext ist Storytelling ein mächtiges Instrument zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und zur Förderung sozialer Veränderungen. Durch persönliche Geschichten werden abstrakte Themen greifbar und emotional nachvollziehbar. Aktivisten und soziale Bewegungen nutzen Storytelling, um Aufmerksamkeit zu erregen, Empathie zu wecken und Menschen für ihre Ursachen zu mobilisieren. Es ermöglicht denjenigen, die oft ungehört bleiben, eine Stimme zu verleihen und das Bewusstsein für soziale, ökologische oder politische Probleme zu schärfen. Unternehmenswelt und Marketing In der Unternehmenswelt hat sich Storytelling als Schlüsselstrategie im Marketing etabliert. Marken nutzen Geschichten, um emotionale Verbindungen mit ihren Zielgruppen aufzubauen, ihre Werte zu kommunizieren und sich von der Konkurrenz abzuheben. Gute Geschichten bleiben im Gedächtnis und können die Markenloyalität stärken. Sie helfen Unternehmen auch, ihre Mitarbeiter zu inspirieren und eine starke Unternehmenskultur zu fördern, indem sie die Vision, Mission und Werte des Unternehmens in eine erzählbare Form bringen. Medien und Unterhaltung Die Medien- und Unterhaltungsindustrie ist vielleicht der offensichtlichste Bereich, in dem Storytelling eine zentrale Rolle spielt. Filme, Filme, Fernsehserien, Bücher, Podcasts und Spiele nutzen Geschichten, um zu unterhalten, zu informieren und zu inspirieren. In einer Welt, in der Content King ist, werden kreative und ansprechende Geschichten zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Persönlicher Ausdruck und Identitätsbildung Auf einer persönlicheren Ebene ist Storytelling ein wesentliches Mittel zur Selbstreflexion und Identitätsbildung. Individuen nutzen Geschichten, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten, Sinn zu finden und ihre Identität zu formen. Das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte kann heilend wirken und helfen, persönliche Krisen zu überwinden. In sozialen Netzwerken teilen Menschen ihre Geschichten, um Verbindungen herzustellen und Gemeinschaften, um gemeinsame Interessen oder Herausforderungen zu bilden. In einer immer komplexer werdenden Welt bietet Storytelling eine Brücke zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, zwischen Kulturen und Generationen. Es ermöglicht uns, unsere menschliche Erfahrung in all ihrer Vielfalt zu teilen und zu verstehen. Indem wir Geschichten erzählen und ihnen zuhören, bauen wir Empathie auf, überwinden Grenzen und schaffen gemeinsame Bedeutungen. Die Rolle des Storytellings in der heutigen Welt ist somit nicht nur erhalten geblieben, sondern hat sich als unverzichtbares Instrument für Bildung, Verständigung und menschliche Verbindung erwiesen. Danke für deine Fünf-Sterne-Bewertung, dein Daumen hoch und dein Like. Freue mich auf konstruktives Feedback und Kommentar von dir. Mehr im Buch, das Copywriting-Buch, die Kunst der Wortgewandtheit und Überzeugung mit deinem Werbetext und die Magie der Erzählung, eine Einführung in Storytelling, Anwendung, Wirkung und warum Geschichten uns fesseln. Buch von Markus Flicker auf Amazon und auf www.markusflicker.com www.markusflicker.com www.markusflicker.com